An diesem Video weiß ich jetzt, wer hier kann das Quiz spielen. Wir gehen auf den Quiz, starten den und dann gehen wir hier auf Play. Hier sind wir 1-2 frohen und dann gehen wir hier auf Live, das hier ist ein Quiz, das spielen wir nur live und hier drücken wir auf Klassik, das hier ist, wir lassen Schiedfräger in Schiedfräer spielen. Es war doch möglich, dass die Kippe die Match spielen, gleich die Match spielen an zwei Timo spielen. Wenn ich hole mal das einfachst, hier sehen wir direkt die Musik, ich dachte, die kann ich noch aufstellen, dann kann ich noch auf das auf den großen Schirm spielen. Ich mache das mal aus, hier können sich die Anna-Devices anloggen, ich loge hier vielleicht mein Smartphone an. 8803701. Enter. Das ist hier ein Olli. Und dann mache ich das selbe mit meinem Tablet. Auch hier ist das schon aufgeladen. Der PIN-Code kenne ich an. Und dann können wir hier starten. Und dann geht das los. Ich sehe hier die Echtfrau von zwei am Ganzen. Die zwei hohe Antworten, aber es ist eh nicht richtig geantwortet. Ich habe jetzt die richtige Antwort, als man gehört durch den kleinen Crochet. Okay. Dann gehen wir auf die nächste Frage. Dann kriegen wir noch ein Töcherresultat. Der Genre ist vier. Die zweite Frage hat gestartet. Alle zwei hohe Antworten richtig geantwortet. Gehen wir auf die nächste Frage. Und der Genre hat gewonnen. Wir sind in der ersten Position. Und hier kann ich noch ein Feedback geben. Alle Tablets haben gute Feedback. Und hier sind Feedbacken, die ich schritt. Wenn ihr wollt, das Online-Man, also Livestreamen, da ging ich proposieren. Der geht an den Teams. Der merkt ein Dossier mit ihrer Klasse. Und dann geht er hier unten in der Kamera. Ich mache hier mal die Kamera aus. Und dann jetzt besprechen. So. Und da kann ich hier, auf dieser Platz, kann ich hier den Ekran delen. Und das ist die Fenster, die wir für drinnen hatten. Die können ich nur für schon frei visible machen. Die man am Live-Chat mit dran ist. Probieren wir das mal. Und das wäre in diesem Fall die dorten Fenster. Soll ich nur darauf klicken. Da geht die Visibel für schon frei, die eingeloggt ist. Viel Spaß beim Ausprobieren. Soll ich mal hierher. Scherz. Ja. Und das ist mir das ganze Zeit. Und das ist mir das sehr cool. Abs pourragen. Es ist mir das sehr gut. Und für das ist der Grund der personnes. Untertitelung des ZDF, 2020